Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Rutet, guck mal hin! Da kannst du doch nur noch verzweifeln bei so einem... Immerhin, sie haben sich noch nicht ganz aufgegeben. Schnell ein Blick auf die Wiederholung. Wir müssen nachschauen, ob bei diesem Treffer auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Der Ball war vollständig hinter der Linie und das heißt Schiedsrichter und Torlinientechnik haben beide einen guten Job gemacht. Hier also ein regulärer Treffer, kein Wembley-Tor. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Das Ganze jetzt auch wiederholen. Vielen Dank.